willkommen auch beim kanal von jahr heute gibt es mal ein stream highlight was sie vor ein paar stunden gemacht haben wir haben packs gezogen ja also so feindersplexen ja rausgekommen wir haben noch 81 plus james die karten gemacht und plus noch ihr wollt das halt sehen und zwar 86er food champions upgrade pack ja das haben wir auch gemacht also wir haben jede menge packs und auch im stream shisha gebaut was zum ersten mal in mein leben geholt habe es war auf jeden fall witzig schaut euch das video einfach bis zum schluss es ist morgens ich habe mir auf jeden fall müde gegeben ich bin extrem müde ich gehe auch direkt schlafen also ich würde mich freuen wenn wir die tausend likes die knacken schreibt einfach in den kommentaren was sie so gezogen habt oder mit hashtag 75k ja wir haben die 75.000 geknackt also ihr könnt auch gerne auf instagram folgen jungs da werde ich demnächst auch ein gewinnspiel starten und nicht zu vergessen heute abend gibt es wieder ein livestream um 22 wir werden wieder taxi und die letzten 15 spiele machen jungs ja also wir sehen uns heute abend und ich gehe jetzt schlafen bis und nicht zu vergessen gehört euch das video jetzt let's go so gehen wir mal ab wir werden ja noch texten jungs dank schon an 460 zuschauer wie gesagt wir werden so ein bisschen pack ziehen ja bis 21 23 30 roger nein bro 231 likes hier ist natürlich irgendwann mal die 100 dazu knacken wenn ich das auch nicht so schlimm ich mache mir eh keinen druck dicker so was sagt ihr ziemlich was schön ist heute oder nicht was sagt ihr ja wir können chat pack machen wir haben 18 packs hier am start chat pack seko alles klar jungs dann machen wir chat pack ok let's go jungs also chat pack wir fangen an ich hoffe wir ziehen was schönes hier ne guck mal letztens habt ihr mich schön getrollt ja aber heute nicht haben wir was schönes gezogen chat sagt gerade son verrati son 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 und verrati in blau ist gut jungs ist nicht schlecht oder also so eine blaue karte schmeckt doch eigentlich oder 86er verrati und dahinter kommen junge mario bei der telly come on alter so ein champions-seek-karte wäre schon nice und blaue kante wäre auf jeden fall nice war schrott glaube ich jetzt alle haben ja wir haben alle haben ja gezogen war genau 84er delhi ali stones ressus einfach jetzt war kurz portugal stürmer christiano ronaldo ja schon nice portugal portugal was portugal ist war also pizzi haben wir also städt euch mal von ronaldo ja schon geile dies habe ich noch keine dinge gezogen oder also ne so kommt jetzt ein wort kommt der müll wieder müll wieder müll wieder müll also wieder eine champions-seek-karte am start ja wir werden gleich 81 plus spiel auch machen jungs ja wir machen jetzt kein jetpack mehr jungs ja erst mal so vier stück noch 50 kassets let's go müll der geht nicht mal rein der bleibt einfach stehen oh mein gott wieder vielleicht schon ist 20 oder so sekund passt ist okay so eine nachziger rating machen wir 25 kpx jungs ja wir öffnen mal fünf stück man sieht nicht mal ob es reingeht oder nicht halt da so ganz genau so und geht wieder nein bleibt wieder schön stehen hier machen wir nur lupik alles klar so 82 rating der jungs also so ein und 50 kp kostet zehn euro das schon viel geld so der geht jetzt rein das habe ich gesehen kommt gibt mir einen walkout baby ein walkout wieder nichts haben schick am schick 84 rating wieder nichts also jungs wir haben die 74.933 abos ja geknackt uns fehlen noch so kommen wir ja sieht gut aus jetzt deutschlands ms nach max kruise pimmel kusi am start alter wie ziehen und ziehen und ziehen wir kriegen nichts ich küsse dein herz ist dein herz auch bruder dankeschön für die abos die jetzt reinkommen selber 579 die sollen man immer einmal durch bruder die witte blöken da freut man sich da freut man sich einmal nach langer zeit wieder ja da kriegt man einfach nur 86er na komm komplett durch bruder durch durch wieder nicht ja holt ne kappa und ja tadic ne blind arton grüße dich future dankeschön für dein abo wladimir dankeschön für dein abo rote 75k alter an der league pack mit ansage wurde ich habe auch täglich zu hause immer mit der league am start so der league pack mit 25k pack let's go tell tell the league pack der league pack der league pack der league pack ist gut der league pack ist gut der league pack ist walkout kann nur schlecht sei dicker also italien dicker wer soll denn da kommen immobilie dicker zwei spieler aus der italienischen liga die kann ich zee einfach nur müll einmal skrr na und einmal immobilie 1 danach kommen noch 81 plus spieler ja Terlik Peck Terlik Peck Geht wieder durch Terlik Peck Kein Walkout Ziehen wir mal wieder an Spanien Kann nur schlecht sein Stürmer Aspas 85 Ist ok Ja Für SPC ist Brauche ich nicht Ich werde jetzt gerade wach Ich merke das auch glaube ich Seco wird gerade wach Er spürt es gerade Wir ziehen gleich Ronaldo Komm give it to me baby Let's go push euch Pass pass älter Sanchez Jungs wir machen ganz zum Schluss Wieder ein Chat Peck Ja Jeder rast gerade aus Son 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 Bitte Son Ich habe mir Shisha geholt Ich habe zum ersten Mal Mit meinem Shisha geholt Wir öffnen gleich die Pecks Ja Moment Halt sie mal Will öffnen Keep Halt sie mal das sind Alles Verstehung Ich habe mir Halt sie mal Die Vielen Dank. 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 Schreibt einfach, einfach, schreibt Werner, Mané, Walker. Kommt, bitte, bitte was Schönes, bitte nicht 3x83, bitte nicht, 3x86, bitte nicht 3x86, bitte. Sommersuppert. Kommt, alter. Jetzt so ein Ronaldo wäre nicht verkehrt, alter. Als Entschädigung. Als Entschädigung. Ja, EA, also ihr könnt mir gerne mal Ronald jetzt gönnen. Ja, so ein Walkout wäre nicht verkehrt. Und wir ziehen Parero. Gib mir Walkout. Give it to me. Give it to me. Sissoko, digger. Sissoko, digger. Sissoko, 81. Come, give it to me baby, give it to me baby. Wie, wieder kein Walkout. Wie, wieder kein Walkout. Kein Walkout. Lo Celso. Walkout, 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 walkout. Kein Walkout.